Hier können Prominente was erleben. Alle lieben Erdmännchen. Man kann gar nicht anders. Aufregende Abenteuer. Ich halte ein Krokodil gerade, ja? Kreative Antworten. Welches Land grenzt an Deutschland? Lichtenstein. Luxemburg. Luxemstein. Und Tipps, die Leben retten. Wenn so ein Hai wie der da auf euch zukommt, greift den einfach und dreht den auf den Rücken. Yeah! Eine neue Folge, die große Geo-Show mit Sonja Zitlow und Dirk Steffens. Samstag, 20.15 Uhr. .